Oh Gott, ich hab auch ne... Ne, hab ich nicht. Oh, ich hab keine Gottesmaske. Nur ich hab eine. Was ist denn das? In dem unteren Ende? Okay, es liegt an... Oh ja, hört euch beide scheiße an. Oh, okay. Dann ist es vielleicht Kacke wegen Daily Internet abkacken. Oh ja. Hallo? Was denn? Wenn das Internet abkackt, dann fliegen wir raus. Ja. Was meinst du? Dann ist es vorbei. Achso, das ist zu. Jetzt hört sich wieder besser an. Arschlauch! Oh, der Regen ist nicht viel besser, muss ich sagen. Wollen wir mal in die Lava plumpsen, um einfach zu gucken, wie es aussieht? Komm schon, du willst doch auch. Okay, plumpst rein. Okay. Was? Was? Ich sagte Lady 12, ne? Ja, dann Julian. Ja, dann Julian. Alter vor Schönheit. Was haben denn wohl Spawner zu sagen? Wollen wir ihn kaputt machen? Einfach nur Deko. Oh, guck mal, hier ist was drin, was man... Was ist denn das? Oh, ich habe ein... Ich glaube, ich habe jetzt eine Pipe oder was das war, diesen Kreis. Pipe war... Äh, der Kreis war Molly, TNT war doch die Pipe. Ach ja, dann habe ich jetzt... Ne, das war ein anderer Kreis, der... was ein Molly war. Nein, du hast den Molly da, ich seh's doch. Nein! Doch! Nein, das letzte Mal, als ich einen Molly hatte, sah der anders aus. Ich weiß doch, ich hatte auch schon so ein... Ah... Wirps und dann, siehst du's. Okay, ich werfe. Oh, ja, das recht. Okay, ich weiß, da jetzt sehe ich die Flammen. Wieso bin ich denn jetzt fast down, ey? Oh, das reicht mich auch gerade. Ja, ich bin auch zum Anfang, ey. Wieso kommt das Feuer immer näher? Das soll das erste Reichen. Dann habe ich jetzt mir irgendeinen anderen Trank mitgenommen. Ich glaube, jetzt habe ich Boomer Kotze. Richtig. Und da? Alter, Lull. Oh, 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 hier ist ne Truhe, hier ist ne Truhe. Ja, was ne Truhe? Kann ich nicht, weil ich nicht hochkomme. Oh, jetzt bin ich. Jetzt bin ich wieder oben. Hier. Und? Hier ist DNT. Oh, das ist ne Pipe, ich nehme. Dann liegt hier jetzt irgendwo... Dingens. Bume Kotze. Und da kommt irgendwo ein Bume. Da ist ein Hunter in der Nähe. Da ist ein Hunter. Verpiss, ich fange Pudding! Wow, 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 wow! Scheiße, Mann. Ich hab's auch gar nichts gemacht, Junge. Hehe. Ach, natürlich. Wieso macht meine Axt jetzt eigentlich so komische Geräusche? Oh, von hinten, Alter. Meine Axt hat gerade falsche Geräusche, ey. Meine Axt macht... Meine Axt macht hier wie eine... ...na, wie heißt sie hier? Wie ne... ...Jörter ist doch auch, ne? Ja. Wie ne Bratpfanne. Genau, Bratpfanne. Du hast ja auch ne Schaufel, du. Ich höre ne Witch. Nein... Hä? Alter, ich... Wow, die ist direkt nach vorne. Mach das Licht aus, Junge. Ja hab ich doch. Psch, 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 psch. Was machen wir jetzt? Von Süd weggehen. Ah! Huh, scheiße war das knapp. Alter, der Split sieht ja übelst geil aus gerade. Wollen wir die Lava schubsen? Wollen wir sie reinschubsen? Ja, los komm, wir schubsen sie rein. Oh mein Gott! Alter, wo ist denn die Schlampe? Hier um die Ecke ist sie. Da! Oh stimmt, da hinten bei den Waffen. Alter, der Regen geht ja sowas von auf und zack. Wir müssen genau da lang, wo die ist, ja. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier irgendwie was zum Verstecken ist. Aber ist leider nichts. Ein Schwert? Ist das ein Katana? Ja. Oh, jetzt bin ich schnell. Ja, dann mach mal die alte da hinten alle. Nein. Sie kommen! Ich schieße sie jetzt an. Warte, ich schieße sie an. Was sie bei mir ist, dauert länger. Macht sie kalt, macht sie kalt, bevor sie hier ist. Ist sie down? Geil. Ach so, sie ist sie auch fortgegangen. Wir sind die Gutten, wenn wir cruisen, wenn wir die Bitches und... Nein. Boomsen. So wie mich grad der Hunter. Den Boomer dahinter hab ich aber auch gleich weggemacht. Du meinst den Wackelpudding? Wir müssen uns der Karte anpassen. Oh Coach. Was denn? Wir müssen uns der Karte anpassen. Welche Karte? Der hier. Wir dürfen nicht äh... Wir müssen Wackelpudding sagen und so. Ey, die türklen auf, hallo? Ja. Aber hier ist nichts, glaub ich, oder? Hier ist verdammt dunkel. Ich mach mich dann. Oh, Dack-Room, Babies. Alter, der Session-Dack-Room, ey. Ach so, was war der Neger. Oh Gott, ich kann mit meiner Schwecken Taschenlampe tragen. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Da ist ein, äh, genau. Ja, ich hab's gesehen. Du hast's gemerkt. Nein, da bist du. Ähm, Hilfe. Okay. Moni! Ah, hier ist wieder ne Axt. Oh. Jetzt hab ich das ganze Zweck in der Truhe eingesammelt. Okay. Jetzt weiß ich nicht, welche besser ist. Die, die ich hatte, oder die, die da drin liegt? Ja, das ist ein bisschen blöd. Die schießen ziemlich gleich. Hier ist ein Hebel. Betätige doch einfach. Nein, da kommt bestimmt ein Incoming. Oh, TNT. Was ist hier denn? Oh. Ja, hier, hier, hier muss ein TNT-Block hin. Seht ihr es denn nicht? Ja doch, aber ich hab' ja keinen. Ich hab' einen. Hier muss Redstone hin. Und jetzt solltet ihr euch verpissen. Äh. So, los geht's. Nö, das war Luis, also. Oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Von hinten! Kommt ein einziger! Alter, wie das bei mir laggt, man. Bei mir nicht. Bei mir ist das grad voll am laggen gewesen. Bei mir auch. Oh, bei mir laggt's übel. Wow, was ist denn bei euch voll die fette Party-Up, man? Ich werfe ne Pipe. So. So, jetzt geht's mal weiter hier. Alter, jetzt bin ich schon wieder fast down. Ähm, ihr wisst schon, dass hier oben, ähm, ein Geim-Versteck ist. Da kamen die ganzen Zombies raus. Achso. Ja. Wie sollen wir denn da hoch? Da kommst du nicht hoch. Oh, leck. Ja, hab' ich auch grad gemerkt. Aber wir sind fertig. Ja. Dienst ist nicht anders. Ja. Aber, 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 aber. Aber ich geh' fast drauf. Ich würd' sagen, einfach mal hier runter. Auf sie mit Gebrüll. Hier ist ne Knarre. Uh, Medi-Pack. Ey. Achso, ich hab' eins. Okay, es hat nur geleckt. Julian. Ja? Es ist richtig geil gewesen, als du runtergerannt bist. Jetzt haben wir beide nämlich ein neues Medi-Pack im Gegensatz zu dir. Oh, heee. Ich kann's mehr drücken. Egal. Ähm, doch. War nur zwei. Ich bin eh noch gesund. Hab' meins nämlich echt benutzt. Hinter dir. Ganz viele Pädophile in einer Ecke. Schick deine Mutter nach Hause. Wo ist der Wackelpudding? Kann es sein, dass wir an verschiedenen Orten sind? Ja. Kommt jetzt zu mir. Ich hab' ne Truhe. Wir holen uns jetzt noch ein Medi-Kid. Ich hab' ein Medi-Pack gefunden. Hahaha. Und ich den Weg, wo's weitergeht. Sicher? Wahrscheinlich wer hätte... Ja, und essen, glaub' ich. Oh ja, das sieht sehr stark nach weiter. Egal, ich hab' mir ein Medi-Pack erarbeitet. Oh, 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 oh. Ja, da nach links geht's weiter zum, äh, Safe-Long. Steht an der Wand. Ups. Aua. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Incoming. Wow, 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 von oben, ja. Aber mich lassen die in Ruhe, weil die angekotzt seid. Geil. Ich konnte sie einfach nur töten. Hier oben geht es aber auch weiter, wo die herkommen. Ah, hier oben ist bestimmt Secret, weil wir wahrscheinlich noch unten müssen. Hier oben ist ein Sporner. Und ultrageiles Megaschwert, ein Goldnissmann. Und ne Kiste mit Ränken und Ränken. Eigentlich. Aus, bitte, scheiße. Ich bleib mal los wieder. Den ollen Nick. Nick-Riener. Alter, der Wackelpudding macht mich echt fertig. Oh ne, ist ja gar kein Wackelpudding, ist ne Spinner. Ich glaube, hier geht's weiter. Hier ist Moni. Hier ist nur ne Truhe. Mit TNT drin. Hopp. Ja, ich hab noch TNT. So. Oh, Knarren. Oh, Scharfschützengewehr. Warte, ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Ich hab das Wasser ausgelöst. Wie kann ich nochmal... Oh, das sieht der Hammer geil aus. Das hast du sehr gut gemacht. Oh, Moment. Scheiße. Oh, Golem. Der ist ein bisschen OP. Der ist tot. I'm down. Äh, da kommt was. Bucklepudding? Ja. Auf mir, auf mir, auf mir, auf mir. Ah! Bucklepudding! Hahaha. Der ist noch hinter dir. Ah ne, jetzt ist der tot. Okay. Ne, da ist ne Schaufel. Heul nicht rum. So ne Pussy ey. Ich will jetzt mal nen Zombie irgendwie mit dem Schwert, was ich hab abschlachten. Wo geht's lang? Bei mir. Wir... Ja. Wir füllen uns jetzt gerade zusammen. Ich muss wieder in Ruhe mit dem Essen drin. Nehm ich einfach auch mit. Da ist da noch eins drin. Ich glaub Gold ist das Katana. Ja, ist es auch. Das hatte ich ja schon. Weil ist dann das ähm nicht Goldene? Keine Ahnung. Ne, das Eisen ist Katana. Uuuuh. Lava. Glaub's auch, man sieht dich nicht, Spacko. Glaub's wohl, man sieht dich nicht. Jetzt äh nacheinander gehen und nicht drängeln. Hier ist, hier ist wohl einer. Au 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 Au. Oh, ich hab jetzt auch einen Katana. Ja, das hab ich da liegen gelassen. Ach so. Ich hab das Trollen genommen. Alter, ich will ja nicht sagen, aber ich hab nur noch einen Lebenspunkt. Alter. Pass bloß auf mich auf und fliegig. Hier hinten ist ne ner Truhe. Oh. Hier ist ein Heal Potion. Oh. Hier ist Bit vor allem. Louis ist down. Plupp. Was? Jo, und mein ganzes Leben. Ich war gerade komplett geheilt. Aber ich glaub, da hinten geht's nicht weiter, oder? Hier unten aber auch nicht. Oder? Jetzt, jetzt haut er ab wieder. Ja. Oh du 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 du. Ich weiß. Ja, hier geht's weiter. Ich weiß das Gleiche. Hier ist die Safe Room. Wuhu. Oh, Louis die alte Sau hat's natürlich wieder nicht geschafft ey. So ein Loop. Ja, warte ich bevor er die Tür schließt. Dann kann ich mich nämlich noch heilen. Abschließen. Ne, ich schließ ab. Ich bin schon fertig. Nein, jetzt hab ich mein Kopf fallen lassen. Oh, gerade noch so geil. Nein, was? Mein Kopf. Oh nein. Oh mein Gott. Ich wette, das ist sowas wie der Zwerg. Ja, der ist so wahrscheinlich mein. Aber da kam ne ganze Horde Zombies und die wollte ich nicht noch rein. Jetzt mehr nicht zu sein. Jetzt sie töten können. Oh, da bist du da. Du bist so schwach. Da wird's gemacht am Tink. Bitch, Alter. Natürlich bin ich dafür zu schwach. Oh, ich muss so lange mal mein Handy laden allmählich. Seh ich. Wieso, wie viel Akkurt sind noch? 35. Ich lad mein's nicht, obwohl's noch 5% hat. Oh, Louis die alte Sau ist. Ja, du benutzt es aber auch nicht. Ich bin kein Kämpfer. Natürlich benutze ich das. Ja, aber nicht so sehr wie mein. Ich meins. Ich muss ehrlich sagen, der Louis, ne, der ist so Noob. Da musst du dich mal ein bisschen mehr von deinem Handy trennen können. Nein. Den spiel ich eigentlich. Warum nicht? Ich dachte, ich spiele der Schwarze. Den Schwarzen. Warum nicht, Melanie? Nee. Nee, weil ich das ja noch als Wecker brauch. Und ich hab das letztens, als es auf 30% war, hab ich's, ich brauch's ja morgen auch in der Schule, hab ich's, ähm, angeschlossen. Äh, Quatsch, hab ich nicht angeschlossen. Bin pennen gegangen mit 30%, hab aber morgen noch neun gehabt. Über die Nacht, als ich nichts gemacht hab. Besuch. So, bis jetzt. Und das? Jangan laufen. Bis dann. Jangan laufen.